Hey Leute, das ist ganz Höram. Willkommen bei WTN Germany. In Berlin ist bei Bauarbeiten eine 500 kg schwere Weltkriegsbombe gefunden worden. Zur Entschärfung wird die Autobahn gesperrt. Die Weltkriegsbombe wurde am Samstag südöstlich der Autobahn 115, Avus, in einer Kleingartenanlage im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf entdeckt, wie die Polizei am Abend via Twitter mitteilte. Der Blindgänger soll am Sonntagvormittag durch Spezialisten des Landeskriminalamtes entschärft werden, wie es weiter hieß. Autobahn und S-Bahn werden demnach während der Entschärfung gesperrt. Anwohner sind nicht betroffen, wie ein Sprecher auf Nachfrage bestätigte. In der Nähe der Kleingartenanlage Hundekiele befindet sich die S-Bahn-Station Grunewald. Der S-Bahn-Verkehr werde ab ca. 10. Untertitelung des ZDF für funk, 2017